Wenn man auf Reise ist, ist es Erleichterung, dass du die Gebete zusammenziehst und kürzt. Wenn man jetzt zum Beispiel auf Reise ist, was ist besser, die Gebete zusammenzuziehen oder jedes einzelne Gebet zu beten? Jedes einzelne Gebet zu beten ist besser, aber man kann die Gebete zusammenziehen. Das heißt, Dohr mit Asr und Maghrib mit Asr. Was das Kürzen anbelangt, das war die absolute Sunnah vom Propheten. Und das ist falsch, dass man die Gebete nicht kürzt. Und es gibt überhaupt keine authentische Überlieferung, dass der Prophet s.a.w. auf Reise die Gebete voll gebetet hat. Und die Überlieferung von Aisha r.a. ist daif. Und der Prophet s.a.w. hat niemals auf Reise sein Gebet voll gebetet. Deswegen kürzt man die Gebete. Was heißt, kürzt man die Gebete? Welche Gebete? Dohr und Asr, zwei, zwei. Welche Gebete? Alle vier? Alle vier Raka'a Gebete werden zu? Zwei. Das heißt, die werden zu den kürzesten gebeten, die die längsten sind. Werden zu den kürzesten gebeten. Alhamdulillah, Rabbil Alam. So wie ich vorhin zwei gebetet habe, wie viele habt ihr gebetet? Vier. Richtig. Und so ist es, ich habe wohl. Alhamdulillah, Rabbil Alam.